Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ich habe zu früh losgelassen. Es tut mir leid. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles frei. Jetzt ist alles frei. Jetzt ist alles frei. Jetzt ist alles frei. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Gütersloh Hauptbahnhof. Aufgrund von Bauarbeiten und der Totalsperrung des Bahnhofs Bielefelds an diesem Wochenende endet unsere Zugfahrt in Gütersloh Hauptbahnhof. Zur Weiterfahrt in Richtung Bielefeld benutzen Sie den Bus des Schienenersatzverkehrs vom Bahnhofs Vorplatz. Ich wiederhole, aufgrund von Bauarbeiten und der Vollsperrung des Bahnhofs Bielefeld an diesem Wochenende endet diese Zugfahrt in Gütersloh Hauptbahnhof. Zur Weiterfahrt in Richtung Bielefeld benutzen Sie den ab Gütersloh den Bus des Schienenersatzverkehrs. Der Bus fährt vom Bahnhofsvorplatz. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die 10 ist im Kasten. Ja, life is hard. Wieder ein Stück Dewey Regio Geschichte. Let's make history this evening. Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. In der Dunkelheit kannst du das hier mal voll in die Tonne treten. Schade. Bye, bye, DB Radio. Wish you well. Da kommt was. Ja, sauber. Sauber, sauber, sauber. Ich weiß nicht. Da kommen wir schon klappbar drauf. Genauso muss das sein. So, das wird bald zu Ende sein. Und die 143 noch einfangen. 143, 163 Kilo. In einer Stunde. Halb Stunde. Danke. Bitte. So dunkel wie mein Hemdkragen. Hey, Fokus bitte. Ja! Geil, das ist die. Das fahr ich jetzt mit. Trois. So, das letzte Mal jetzt wirklich damit fahren. So, das ist der erste Fahrer. Äh, scheiße. So, das ist der erste Fahrer. 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 Scheiße. So, das ist der russ. So, das ist derbut haut, so aus dem, so aus dem Tod. So, das ist der erste Fahrer. So, das ist der Meinung. Vielen Dank.